Ja Freunde und so mit herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zum ersten Mal VR Virtual Reality auf der Playstation 4. Jetzt am Wochenende konnte ich mal ein Ründchen zocken beim Alex. Wir hatten eigentlich noch Resident Evil aufgenommen, aber leider hat da die Kamera dann zum Schluss gesagt, Döööö, Digga, das Akku ist leer. Mal schauen, ob da noch was kommt. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich halte das Intro kurz, Freunde. Zieht euch das Video rein, bewertet das Video, abonniert den Kanal. Falls ihr es noch nicht getan habt, aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst, Freunde. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob ihr Bock auf mehr VR-Videos habt. Mir hat es auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war nach dieser Runde auch komplett nass geschwitzt. Wie gesagt, viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt draußen und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein, euer Schmidi. Peace. Vollsetzen. Einer. Jetzt ist Schluss mit dem Spielchen. Hey, Mann, du hast die krasse Nummer. Du hast dir für ein wichtiges Feuerwerk gesammelt. Macht sollst du mich nicht dämpfen mit diesem Bein? Du hast das kleines Arschlauch. Gönn dir. Ja. Hauptsache, ich schwitze. Londoner Außenbezucker. 5.30 Uhr im Hubs. Alter, ich kipps ja voll weit irgendwo. Ich kippe, ich wüsste hier hoch. Stopp, stopp, stopp. Schau mal gerade. Oh ja. Daraus würde ich lieber nicht sehen. Auf mir. Alles klar. Mach mal neue Mucke, Bruder. Ist das hier Schönes drin? Ne, 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 das will ich nicht. Komm, mach mal weg. Mach mal auf, ja. Jawoll. Das ist ja leer. Hey. Unsere russischen Freunde haben wohl Lust auf eine Aftershade. Ich werfe eine Dose. Oh ja. Oh ja. Oh ja! So ich den mal knallen? Nachladen oder nachladen? Boah! Kann das! Oh ja! Ich habe hier noch etwas getroffen, ne? Nein, nein, nein! Oh ja! Oh, da gibt mir Deckung! Oh, da gibt mir Deckung! Wo war der andere? Da drinnen! Oh ja! Alles klar? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Hey die Schalten! Oh ja! Oh, Bruder, was ist das? Alles klar, alles klar. Das ist kein Ziel. Alter. Basti, Basti! Wuh! Digger, was steckt da hin? Was? Ne, so ist das nicht. Ne, so ist das nicht. Reload, 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 Reload. Alter. Alles klar. Alles klar. Der Alarm! Der verdammte Alarm! Irgendwas stimmt da nicht! Irgendwas stimmt kein Sohn kam! Oh oh! Frank hat doch gesagt, er würde sich um den Alarm kümmern! Er hat uns verdammt nochmal angelogen! Er ist dabei aufzuräumen! Genauso wie bei Frank Froning! Er verarscht uns von vorn bis hinten! Er dachte nie, dass wir den Diamanten kriegen! Er dachte, wir wären jetzt schon tot! Fuck! Ich meine mal, er ist guter! Serena! Ja! Wir haben Franks geliebte Serena! Und er will sie! Und wenn er sie holen kommt, dann... Ja! Ja! Was haben wir? Unterschlupf in East London! 6.58 Uhr! Meine Dreads hier! Nein! Nein! Ach komm schon Frank, geh ans verdammte Telefon! Sorry! Frank kann jetzt nicht ans Handy gehen! Er ist gerade mit ein paar Trotteln beschäftigt, die etwas über seinen Diamanten wissen! Also gib uns etwas Privatsphäre! Wie du vielleicht weißt, steht viel auf dem Spiel! Vor allem für dich! Persönlich! Also muss ich mir die Hände dreckig machen! Oder erzählt mir einer von euch, was verdammt normal passiert ist! Hey! Ruhig Frank! Ich bin gerade dabei, die Lötlampe anzufeuern! Bist du verrückt? Wir sind nicht im finsteren Mittelalter, Mickey! Frank! Es wird verdammt finster werden, sobald ich Ihnen die Scheißaugen ausgebrannt habe! Worauf spielst du an? Los, leg das weg, Mickey! Nein! Nein, Frank! Der Alarm! Dieser verdammte Alarm! French Tony, du räumst auf! Du warst? French Tony? French Tony war eine verdammte Petze! Und du weißt, was wir mit Petzen machen, Mickey! Versuch gar nicht erst, dich rauszureden, Frank! Ich hab satt, von dir verarscht zu werden! Du hast uns reingelegt! Jetzt bist du dran! Ruhig! Hau in einen rein! Komm! Hau in einen rein! Gut. Und jetzt erschießt er! Es ist nicht geordnet! Hör nichts auf ihn! Er ist eine verfluchte Schlange! Hört ihn! Ich wusste, dass du es kannst. Komm! Wir haben viel zu besprechen. Gut, fangen wir mit den Alarmanlagen an. Wenn ich den miesen Wichser finde, der da versagt hat, schwöre ich, beim lieben Gott wird er sterben. Eine Sache noch. Wo ist mein Diamant? The London Eye! Was ist das? Easy, easy, lemon squeezy! Geil! Jetzt wollte ich es gerade auf das Paket legen. Wie krank! Boah! 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 Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr da Bock auf mehr habt. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, ein Like da. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Schießerei, Freunde. Peace!